Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so eine Schuhkuhsteckdose in einer Unterputz- bzw. auch Hohlwanddose richtig und fachgerecht anschließen kann. Wenn du Bock da fasst, dann bleib auf jeden Fall dran. Zu Beginn noch der Hinweis, da wir hier an einer elektrischen Anlage arbeiten, musst du unbedingt die 5 Sicherheitsregeln einhalten. Doch hierfür gibt es auch noch spezielle Videos, die an dieser Stelle einfach sinnvoller sind. Wenn unsere Anlage vom Stromnetz genommen und die Spannungsfreiheit auch festgestellt worden ist, dann einfach mal einen Mantler zur Hand nehmen und hier in etwa gute 10 cm von unserer Leitung abmanteln. Hierbei sollten wir auf jeden Fall darauf achten, dass hier hinten noch in etwa 1 cm von dieser Leitung übersteht. Ich kann das Ganze natürlich auch noch etwas hin und her schieben, da dann einfach die Zugentlastung auch gewährleistet ist. Als nächstes kürze ich einmal noch den Außenleiter und den Neutralleiter um circa 1 cm. Hat jetzt einfach den Sinn, dass der Schutzleiter hier um 1 cm Länge ist und falls wirklich im aller-allerschlimmsten Fall die Steckdose irgendwie einmal herausgerissen werden sollte, dann fällt dieser Schutzleiter als letztes ab und somit haben wir einfach den besten möglichen Schutz. Als nächstes schauen wir mal auf die Rückseite von unserer Steckdose und hier unten können wir erkennen, dass wir jetzt 12 mm von unseren Leiter abisolieren müssen. Übrigens, hier sind 10 bis 12 mm ganz normal. Bei meinem Steckdosenmodell habe ich hier oben noch drei Schraubverbindungen, die ich jetzt einfach mal gegen den Uhrzeigersinn etwas aufdrehen muss und danach kann ich dann auch schon meinen grün-gelben Schutzleiter einmal nehmen, in eins der zwei mittleren Löcher hineingeben. Hier links mache ich persönlich immer den blauen Neutralleiter am liebsten rein und hier rechts dann den meistbraunen Außenleiter. Falls du hier oben jetzt eine Klemmverbindung hast, passt es bei dir erstmal so weit, da natürlich die Leiter fest sind. Bei mir muss ich jedoch jetzt noch die Schrauben hier einmal wieder ordentlich festziehen, dass sich meine Leiter oben auch nicht mehr lösen können. Du darfst übrigens den braunen und blauen Leiter hier auch vertauschen, da man die Steckdosen natürlich auch um 180 Grad verdreht einbauen kann. Wichtig ist nur, man sollte immer darauf achten, dass man im Haus immer dieselbe Belegung hat. Ich habe mir angewöhnt, rechts ist der braune Außenleiter, links ist der blaue Neutralleiter. Außerdem ist es vollkommen egal, welches der beiden Löcher du hier oben für den entsprechenden Leiter immer hernimmst, da diese elektrisch miteinander verbunden sind. Und das zweite Loch wird übrigens dazu verwendet, wenn man zum Beispiel noch mehrere Steckdosen hier anschließen möchte. Doch hierfür habe ich auch noch ein extra Video gemacht. Wenn ich hier hinten übrigens eine 5-artige Leitung habe und zum Beispiel zwei Leiter nicht benötige, dann diese Leiter auch einfach auf die entsprechende Länge wie hier zum Beispiel abschneiden, eine Klemme drauf machen und das Ganze hinten in der Hohlwanddose verschwinden lassen. Natürlich nur, wenn die Hohlwanddose auch tief genug ist. Und in meinem Fall habe ich eine Hohlwanddose, weswegen ich übrigens auch noch hier die Schraube einmal löse. Und somit kann ich nämlich auch die Grallen abmachen, die eigentlich für die Unterputzkonstruktion geeignet sind. Nicht, dass diese zum Beispiel noch einen Leiter hier in der Hohlwanddose beschädigen. Bei einer Unterputzdose hingegen habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich lasse die Grallen hier auch einfach drinnen. Jetzt kann ich nämlich hier einmal diese zwei Schrauben auch anziehen, wodurch die Grallen nach außen gespreizt werden. Und das Ganze ist dann wirklich hier bombenfest drin. Oder hier oben habe ich auch noch eine Gewindeaufnahme, wo ich einfach noch hier oben eine Schraube und hier unten eine Schraube reinmachen kann, wodurch das Ganze dann auch schön fest ist. Da ich aber eine Hohlwanddose habe, muss ich einfach mal die Schraube hier oben noch leicht rausdrehen. Das selbe Spiel mache ich auch bei der unteren Schraube hier. Und danach kann ich jetzt nämlich auch schon meine Steckdose mit etwas Gefühl hier hinten in der Wand platzieren. Also ich schaue, dass die Kabel natürlich nicht irgendwie geknickt werden. Kann die Steckdose hier hineingeben. Schaue, dass die Schrauben oben und unten einrasten. Gehe etwas rüber und jetzt muss ich meine Steckdose hier nämlich noch ausrichten. Und kann sie dann auch hier oben und unten schon schön festschrauben. Am besten funktioniert das Ausrichten übrigens mit einer Wasserwaage. Oder wir verwenden die Linien, die wo ich ja ganz am Anfang für meine Dosen beim Bohren schon schön ins Wasser gezeichnet habe. Und somit haben wir nämlich dann auch schon diese Konstruktion hier fertig. Zum Schluss muss ich meine Blende hier noch aufsetzen. Natürlich auch meine Steckdose hier vorne einmal noch drauf machen. Und dann kann ich nämlich auch hier die Schraube in der Mitte einmal mit einem kleinen Kreuz Schraubendreher festdrehen. Danach alles noch auf Funktion überprüfen. Bei mir schaut es auf jeden Fall gut aus. Und somit haben wir unsere Steckdose auch schon richtig angeschlossen. Falls du dir jetzt eins der benutzten Werkzeuge hier oder auch eine Steckdose zulegen möchtest, dann befindet sich der Link dazu unter dem Video in der Videobeschreibung. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.